Statistik, 1.102 schon, weee, 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 warte. Bäm, 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 aber man muss zeigen was es dann gibt, wir sind alle gespannt. Was ist es, was ist es, wie gemein, zeig mal was du gekriegt hast, zeig mal, zeig mal, Geil, er hat ne Handfeger, ein Chipschen und ne Handfeger hat er geschenkt bekommen. Cosmo, ist das gut? Perfekt, oder? Das ist Tesa. Guck mal, neue, riech mir mal dran, Neuwagengeruch. Jetzt schneller! Jetzt kannst du dich schneller sauen. Dann bin ich raus. Schlechteste Community ever. Beste Community ever. Hallo? Hallo? Aber Pfeilwagen fahre ich nicht mehr seit dem Jahr, seit diesem Jahr. Ja, da war zu wenig, äh, zu wenig Gewinn. Ne, von oben meinte ich, von oben weggeschossen. Äh, lol. Hä? 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 Habt ihr das gesehen? Alter, klippt das einer? Hä? Hä? Operation Herz. So zwei Wochen, drei Wochen geht er dann nochmal heim zwischendrin und dann im August geht dann die Kerben los und dann geht's halt, dann kommt er wieder und dann geht's weiter. weiter. Shotgun! Ne, 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 ne veideutor gaun! großartig breu softamereller oder klippt das einer, das war so lustig. So, jetzt fertig. Dieser Fischaugeneffekt. Oh, 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 rapper, rapper, rapper. Geschmack, also ich muss sagen, ich habe früher ja nur Booster getrunken, aber seitdem ich Booster entdeckt habe, schmeckt mir auch Red Bull gar nicht mehr. Ich finde, das schmeckt viel besser als Red Bull und kostet weniger. Das sind die zwei großen Pluspunkte.